Tag, heute ist Mittwoch, der 13.04.2015. So, alleine. Morgen schläft sie immer auf der Couch. So, ich dachte, das ist bequem. Okay, kann mir das kaum vorstellen, aber tauschen wollte sie nicht. So, Schott, Cookie, komm her. Wo bist du denn? Nein, 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 wird gleich angemacht. Guck mal her. Pflaume. Der Poze geht. Der Poze geht. So. Alles klar. Nulles, komm. Ey. Nulles. Hi. Cookie, haben wir keine Zeit? Komm. Nulles, haupt. Nulles. Nulles. tach heute ist mittwoch der 13 vierte 2015 15 2016 tag heute ist mittwoch der 13 4 2016 wenn ich mich nicht täuschen weiß gar nicht genau ich hätte vielleicht gucken zu sein aber doch müsste so sein ich habe nicht viel zeit da ich ja schon um 10 auf der arbeit sein muss und und Genau! tach heute ist mittwoch der 13 4 2016 ich habe eben unterwegs schon mal sagen wollen und dann habe ich aber erst wollte ich wieder februar sagen ging mir letztens schon mal so und dann habe ich 2015 statt 2016 gesagt ich weiß auch nicht er manchmal ist kompliziert mit diesen daten na ja heute ist mittwoch wie gesagt und ich habe nicht viel zeit weil ich muss heute schon um zehn anfangen einer der gründe warum eine schwester da ist damit die sich um den hund kümmern kann weil das wird gar nicht gehen das wird zu lange weil ich muss ja davon ausgehen dass ich heute abend bis um zehn vielleicht wenn glück hat nur halb zehn aber sind zehn arbeiten muss naja und wird es ja nicht mal normal schaffen mit dem hunden große runde machen jetzt also will ich schon aber müsste ich halt früher los und so aber naja geht halt nicht ja ich setze mich jetzt gleich noch an das video von was habe ich gesagt den zehnten das habe ich gestern abend fast fertig geschafft bevor mich der faule bock ins betrieb naja das sollten wir schaffen und dann sieht es schon ganz gut aus 11 12 ich hänge also nur noch zwei tage zurück richtig gast gegeben gestern vier videos zeit glaube ich schon das ist gut das ist wirklich sehr gut und dann schaue ich nicht mal eins am tag meine schwester wird gerade zu netze in mir den kaffee fertig machen aber die gibt natürlich nicht bei einem blogger weil der musste der wenn hat angefangen hat auch zu nehmen auch zu ändern aufnehmen also muss man sich auch daran gewöhnen dass wenn vlogger da ist dass erstens er alles alleine machen muss oder man fragen muss bevor hat bevor man fertig macht damit er noch filmen kann und generell alles gefilmt wird und manchmal wird halt alles zwei und dreimal gemacht bevor er zufrieden ist mit der aufnahme ohne eiersalat und gebraucht selbstgemachten eiersalat zur arbeit muss ich aufgeregt sein geht zur arbeit ohne geht mit der gassi tschüss so müsste sein leuchtet rot hinten ja das ist gut hier oben blinkt dann nimmt das alles auf ja ich bin gerade von der arbeit kommen beziehungsweise von der seebrücke wir waren noch beim ehemaligen kollegen heute geburtstag hat da bin ich noch kurz mit und ich weiß eigentlich überhaupt nicht irgendwann habe ich heute aufgenommen aber ich weiß nicht was ich aufgenommen und ob es reichen wird ich denke es wird nicht reichen aber kann jetzt unterstoßen und zaubern und wie gesagt ich musste um 10 anfangen da bleibt natürlich überhaupt nicht viel zeit und jetzt ist vorbei weil jetzt wollte ich mehr anfangen also sorry und vielen dank für eure aufmerksamkeit und bis morgen tschüss kann jetzt irgendwie mir nichts aus dem gut zaubern